Das ist die Chola Petroleum Liberty Unit. Kein Problem, Überwache, das macht ja nix. Okay, das ist ja die Chola Petroleum Liberty Unit. Der wird gepumpt, die anderen hinten. Die haben noch gar keine Pumpe, weil so ein Druck herrscht, dass alles nur alleine reinläuft. Und ja, wir werden eigentlich hier irgendwo zwischen den zwei Säulen da mal rauskommen und starten mal ganz hinten, wo, ich vergrößere mal ein bisschen, die Bäume sind. Alles entlang der Champions Road, wenn man die Dimensionen ja sieht, Herr Eberbach und die Pumpe. Und entlang der Champions Road haben wir jede Menge Chola Petroleum Einheiten.